Ich bin ein alter Magier, ich kann doch nicht so schnell Und du hast das legendäre Recht hier für uns Stimmt Wenn wir hier schon eine Aufnahme starten mussten, eigentlich beim ersten Kurzsterben, das wäre schon angebracht Ich bin doch schon dabei, immer bei der Arbeit Achso, du die Meister des Soles, da musst du total hart drauf sein, ne der schluckt nur die ganze Zeit Ich würde ihn eher Meister der Fliesen nennen Dodin der Fliesenleger Ich bin sehr geschickt Meine Fliesenleger bin ich nicht, ich kontrolliere nur die Fugen Der Fugenkontrolle Da kannst du ja gleich mal die Fliesen hier mal ansehen, was sagst du zur Bodenqualität? Ja, ja, sieht mir nach deutscher Wertarbeiter aus Oh Okay Das ist doch schon mal ein Statement Noch 50 Sekunden bis ich auf Deffen gehen kann Ich hätte sogar noch meine alten Waffen übrig, also wenn es nicht passt, dann kann ich immer noch wechseln Worauf bist du 50 Sekunden zu Wort? Mein Artefakt hat noch Abklingzeit, ich kann nicht von Offskillung auf Defskillung grad Achso Bitte diesen Umstand untertänigst zu entschuldigen Aber wenn wir jetzt aufnehmen, musst du jetzt sicher irgendwie so daherreden Ach Me scusi Erzähl doch 3 mal nur mit Witz Wie war das mit dem Trickster-Schurken? Der macht echt viel Schaden, am Ruf der Gruppe Warte mal, halt, tschau ja Oh Mann, lief es Diese Zwischenrufe Ja okay, erzählten Witz dann Wie war das mit dem Kamele und der alten Bau? Hehehehehe Haltest du die Wartezeit nicht einfach raus? Jetzt kann ich natürlich auch AHHHHH 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 Kommen wir hoch da Hehehehe AHHHHH Wir müssen die Aufnahme später dann mit 25%iger Geschwindigkeit ablaufen zu lassen und dann hier diese Kindergeburtstags-Melodie abzulaufen im Hintergrund Happy Birthday to you! Das ist Benni Hill Wer hat sich da mein Portal geklaut? Ich hab mir da dein Portal geklaut Hast du da einen Namen verteilt? Hallo, ich bin Trickster-Schurke, ich muss das tun! Ich muss klauen! Ich bin Felix auf der Rollenspiel-Server Fertig? Warte schon Ja Ja Aber dein Wunsch sei mir Befehl Fertig Einen Moment Gut, dass ich's nicht höre Und nein, du musst ihn nicht lauter drücken Ich bin mit den Gefessungen auch wenigstens Och, dass du weißt, ist gut Ja Ja An diee Dann passt die Einheit Let me be my... Ja, das läuft Ja, wir haben richtig gehört, das ist 22 Minuten, das heißt wir müssen uns jetzt die Unterhose über den Kopf ziehen und das Party machen Ich kriege mir die Unterhose über den Zopf, äh, über den Kopf ziehen Über den Zopf Über den Zopf Deutsche Versprecher, tschuldige Unterhose über den Zopf ziehen und Zopfdisch rein, oder was? Nein, Urkampfdisch Urkampfdisch Ich will nicht kuscheln Ich hab doch jetzt so einen neuen Stachel Das macht natürlich nie besser Guck mal, lang, dünn und blüht Warte Ich will deine Stachel nicht sehen Warte 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 Das ist mit Sicherheit die billigste Anmache, die ich jemals gehört habe Willst du meine Stachel sehen? Also sehr gut ist auch in einem Restaurant, wenn du eine Dame deiner Wahl findest, wenn du die Speisekarte gehst und sagst Kannst du mir mal bitte helfen? Über was kann ich denn für dich tun? Du, ich möchte mir was nennen, aber ich fang deinen Namen auf der Speisekarte mit Oh 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 Und er ist mit einer netten Dame hinterher gelaufen Oh Oh Okay, entschuldigung Oh 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 Wie kommt man auf die Sprüche Oh Oh Ah die Not macht er hinter den Oh 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 Wow Okay, es gibt schon mal ein Video, was seine Frau niemals sehen darf. Warte mal, Kabel ist lang genug. Was macht der? Hi! 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 Nicht meinen armen Mann immer so verarschen, der hat's gar nicht verdient. Wenn du wüsstest! Ich hör das meiste von dem, was du sagst, alles gut. Achso, übrigens, dann Kalo zu YouTube. Hallo YouTube! Hi! Hi YouTube! Ja, dann geb ich mal wieder zurück, nachdem alle Fähigkeiten gedacht haben. Ciao! Schönen Abend noch! Hallo! 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 Hi! Dann muss ich Frau ihn auch noch verteidigen. Ja ne, sonst... Irgendwann der Kommentar, auf mich zahlen hier die Damen beim Rebe oder sonst irgendwo, dass sie mich abends anrufen und damit alle glauben, ich hätte Privatleben oder so. Das ist ja fast so schlimm wie der Fakt, dass da gestern irgendwie eine Frau nebenblieben saß, die Andreas hieß. War das gerade Andreas? Das war Andreas! Nein! Aber ja, das ist dieselbe Person und wie es gestern vor... Peter... ... 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 Ili Tili ich Tili Ili Ili Vater Illic Pater Oetsch Was ist das Zoldberg? Tentackel geht nicht Ilkampf, dass er Tentackel gehört In Japan, der ist erst da. Ja. In Japan, Frau kämpft mit dem Oktopus. Schon klar. Wir wissen alle, wo das hinführt. Das ist so widerlich. Das ist mir das Hentai, to know how this ends. Ja, genau. Aber ich sehe, du bist auch ein Mann der Kultur. Nein. Ist ja fast so schlimm, als würde man eine Frau aus Kippchen bauen. Also das hast du scheinbar bisher immer noch nicht hingekriegt. Also wir haben noch 6 Rippen auf der Bank, ne? Das Kippchen sind auf der Bank. Oh cool, da kann ich gleich wieder anfangen zu bauen. Achso, übrigens an alle Leute da draußen, falls ihr mal versuchen solltet, irgendwie mal eine Frau aus Kippchen zu bauen. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr stark fehlschlagen. Und wird euch wahrscheinlich bis zum Lebensende verstören. Nach wie vor. Es ist einfacher, eine Freundin zu finden. Aber auch an alle Leute da draußen, als Andi endlich den Schmiedehammer von Gond hatte, hat er es wieder versucht. Ich habe keinen Spieler von Gond. Hast du dir ausgeliehen? Ich habe mir auch keine ausgeliehen. Und an alle Frauen 40 plus da draußen, Andi steht nicht auf euch. Ich habe gepullt, ich bin irgendwie hängen geblieben. Ich erinnere mich liebhaft an eine Episode in Spanien. Weil liebhaft war es eigentlich nicht mehr was mir da passiert ist. Das war eher schon totes Kapital, wer mir da begegnet ist. Auf alten Brigaden nennt man das Segeln, ne? Du meinst, du warshipst jetzt? Ist sowieso parship, ne? Seit einem halben Jahr ein und dieselbe Duse. Also so dolk scheint er ja nicht zu sein. Wollte mal eben auch die Gefährten wegschicken. Ja, schon passiert. Nur mit Mosil kann das Leben zählen. Haha! Kugel! Meister Kaio hat auch gelacht, als ich gesagt habe, Kugel, Kugeln. So, jetzt seid's raus. Ich kennt keiner. Haha! Was? Meister Kaio, ja, der erste Kaio von den Kaio Shins. Er hat auch gesagt, er trainiert unseren Kugeln nur, wenn er ihm einen Witz erzählt. Ja, Kugel, Kugeln. Genau, Kugel, Kugeln. Ja, genau. Danke, danke. Wenn du denkst, da kommt keiner mehr. Das ist eine Kugel. Das ist eine Kugel und was macht es hier? Das ist blaues Licht, was macht das? Das war ich blau. Und was ist klein, grün und dreieckig? Kleines, grünes, dreieckig. Kleines, grünes, dreieckig. Und was ist schwarz, äh, was ist schwarz, klein und dreieckig? Ja. Ja. Ne, aber der Schatten vom klein, grün und dreieckig. Achso. Und kann ich schwimmen? Bagger. Ja. Warum? Weil du einen Arm hast. Weil du einen Arm hast. Oh nein, Arm hart. Aber am Anfang wir mit uns eher ein bisschen Flachwitzen an, okay. Was ist der Unterschied zwischen der Telefonzelle? 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 Was soll so ein Liebesbescheid? Die selber ist so hallo. Naja, ein vollster Unterschied zwischen einer Ente. Keine Ahnung. Ja, sie hat zwei Beine, sie ist leichter. Besonders auf linken Hammer. Nacht ist kälter als draußen. Geht doch. Das ist doch. Was hat der Hammer gesagt? Was hat der Hammer gesagt? Was hat der Hammer gesagt? Ich weiß nicht. Wer ist da? Klopf, klopf. Wer ist da? Er ist da? Ah, nein. Irgendwer hängt an meinem Gummiband. Nani. Ja. Wer von euch hat der Gummiband rübergezogen? Welche Stadt hat die kleinsten Bezügliche? Minnesota? Ah ja, den hast du jetzt aber schon fünfmal ausgepackt. Ich bin dann immer wieder schwul. Was haben Sex und was haben amerikanisches Bier gemeinsam? Ja. Was hat Sex im Kajak und amerikanisches Bier gemeinsam? Auf die erste Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber warte. Mit AFK. Kajak wurde aufrufen. Lass die Badewanne voll, warte. Möchte ich sehen, wie du im Kajak die Badewanne kriegst. Das geht. Ja, mit genug Gewalt, ne? Wie war das gesagt? Gewalt wäre kein Milösser. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Hab ich dir schon gesagt, dass du dich auf dem zweiten Song anhörst wie er? Ja klar. Ist ja auch im Stil von Farini. Ich war immer, immer riesengroßer Ärzte-Fan. Toten Hosen konnte ich nie leiden. Ja. Ja. Das waren 1239-Konzerte. Ja. Und vor allem die Live-Shows bei denen, die sind auch immer einig, war auch komisch, aber ehrlich, ne? Erst einmal live gesehen 2009 auf dem Hurrikan, da gab es so Plastebecher zum Verkauf, wenn du die gespendet hast, hast du halt, keine Ahnung, 20, 30 Cent an, ich weiß gar nicht, ob es Umweltorganisation oder hungrige Kinder war. Machst in Welt ein Becherenplatz, ja? Irgendwie so, ja. Also auch ein Weltverbecherer. Ein Weltverbecherer. Auf jeden Fall haben die dann irgendwie so in der Mitte vom Konzert, in der Mitte von ihrer Zeit dann auf einmal gesagt, mit einem lustigen und normalen, auf jeden Fall schmeißen wir alle die Becher nach vorne. Leute, ich bin mal Spalten-Spalten, Jörgen. Jo. Jo. Ist ja nur eine, oder? Jo. Wenn du Hurrikan-Festival 2009 Becher schmeißen, googelst, dann kannst du so gucken, wie tausende Becher nach vorne fliegen. Also ich kenn das nur von Woodstock in Polen, und zwar Müllschlacht. Nur mit PET-Flaschen. Was anderes ist nicht erlaubt. Das ist schon seit Jahren, ist das. Einer der Highlights da drauf. Da kannst du einen Schlappschlacht machen. Hast du ne, warte, das muss da mal blühen. Ne, das ist auch beim Woodstock. Da kommt extra die Feuerwehr aus Frankfurt angefahren. Und jetzt bricht es sich gegenseitig um. Ah, doch nicht. Ich hatte extra Anlauf genommen. Keine Kugeln. Oh yeah, ein plus eins endlich, den wollte ich schon immer. Dies habe ich keinen mächtigen Dämonen-Schlüssel mehr. Nein. Gut, genau. So, dann sind wir hier fertig. 20 Minuten. 6 Minuten. Ich hab drei drittet. Warhol Knätter. 8 Minuten. Neue Kr complete. 10 Minuten.